Hallo, ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Wir machen heute bei Ricky weiter, der sich immer noch in der Qualifikation schlagen muss. Ja, und letzte Folge einen sehr interessanten Angriff ausgeführt hat. Der doch sehr an Dragon Ball erinnert hat. Ja, hat SSO das wirklich daher? Ich denke schon, dass das daran angelehnt ist. So, Ricky. Nathalie, ich habe gewonnen. Ich bin so glücklich. Ich habe den ersten Wettkampf gewonnen. Habt ihr das gesehen? Ich werde das nie vergessen. Er hat da einfach nur gestanden, wie... Und ich war einfach... Und dann... Du hast recht, Dina. Ihr beide habt genau gesehen, was ich gemacht habe. Jetzt ist nur noch ein Wettkampf übrig und wenn ich diesen gewinne, habe ich mich damit für die Bezirksmeisterschaft qualifiziert. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin nur einen Kampf vom Eintritt in die Bezirksmeisterschaft entfernt. Danke, Dina, für all deine Hilfe. Das Training hat wirklich Ergebnisse gezeigt. Ich bin vielleicht nicht so in Form, wie ich es mal war, aber ich habe trotzdem gewonnen. Warte, wer ist denn das? Das ist doch nicht etwa die Frau, die gerade auf uns zukommt. Das ist doch nicht wirklich Jessica Luna? Ähm... Es scheint so zu sein. Ich weiß zwar nicht, wer es ist, aber gut. Ja, sie ist es anscheinend wohl. Wollen wir sie mal anquatschen hier. So. Hey, Riki. Lange nicht gesehen. Toller Kampf. Ich hätte nicht gedacht, dich jemals wieder bei einem Giorgizu-Wettkampf zu sehen, nachdem du verschwunden bist, Riki. Wie lange warst du eigentlich weg? Viel zu lang, wenn du mich fragst. Aber ich bin froh, dich wiederzusehen. Ich wollte dir schon lange sagen, wie traurig ich darüber bin, dass du deine Koppel verloren hast und Epona Kai sich aufgelöst hat. Ich hätte es dir schon früher gesagt, aber du warst ja wie vom Erdboden verschluckt. Aber ich bin echt erleichtert, dass du wieder zurück bist, weil ich jetzt endlich meine Revanche bekommen kann. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon darauf warte, gegen dich anzutreten, Riki. Seitdem du mich vor einigen Jahren in diesem Weltkampf besiegt hast, habe ich mir geschworen, dass ich irgendwann noch einmal gegen dich antreten und gewinnen werde. Ich schwöre dir, Riki, dass unser nächster Kampf nicht so einfach sein wird und ich rechne damit, dass du auch alles geben wirst. Gut, eins noch. Wenn ich gewinne, versichere ich dir, dass ich Ivan Drake für uns beide besiegen werde. Du weißt gar nicht, wie sehr dieser Typ unseren wunderschönen Kampfsport entehrt. Ich bin nicht die Einzige, die so denkt. Ich werde ihn im Namen aller Georgie-Zu-Praktizierenden besiegen. Das klang wie die erste Glocke. Wir sehen uns im Ring. Und sei nicht zaghaft, ich werde es nämlich auch nicht sein. Oh, oh, oh. Die beiden kämpfen jetzt gegeneinander, Jessica und Riki, oje. Frauen-Power! So. Absolut, Jessica, wir sehen uns im Ring. Aber irgendeinmal gewinnen wirst du nicht. Ha, Riki ist zurück. Sei dir so großspurig, Riki. Hochmut kommt vor dem Fall. Das war Jessica Luna. Ich habe sie vor Ewigkeiten schon einmal bei einem Wettkampf getroffen, als ich noch von Meisterin Lucia unterrichtet wurde. Sie ist ein geschätzter Gegner, auch wenn ihre Taktiken und Techniken nicht mit Meister Lucias oder Meinen vergleichbar sind. So, jetzt fühle ich mich, was den Kampf angeht, recht angespannt. Ich habe sie schon einmal besiegt. Wie schwer kann es also sein, erneut zu gewinnen? Entspannt, nicht angespannt. Schau nicht so skeptisch rein, Dina. Du musst mich nicht so wie damals anschauen, als wir über Moon Princess Liegestütze diskutiert haben. Das war nicht Moon Princess. Das war Silver Kiss. Setz dich lieber hin und schau dir den Kampf mit Nathalie an, denn die erste Glocke hat bereits geläutet und ich muss wieder in den Ring. Du wirst sehen, dass Jessica kein Problem für mich sein wird. Ja, ja, Riki. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, du hast den Mond zu voll genommen, mein Lieber. Ich glaube nämlich, dass das ja wohl noch ein Problemchen werden dürfte. Sie sieht recht alt aus, wenn sie hier so vor einem steht. Während Riki doch eher jung aussieht. Riki ist so ein Boris Becker irgendwie vom Aussehen. Die Lippen so hell, so rote Haare. Und los! Wollen wir doch mal gucken. Er schüttelt sich wieder. Was macht sie? Also, tut mir schrecklich leid. Der Kampfstil ist fair. Es sieht auf jeden Fall schrecklich lächerlich aus. Pferde gehören nicht in eine Kampfarena. Finde ich persönlich. Jetzt macht doch mal einer was hier. Oh, hier. Er versucht es wieder. Ei, 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 ei. Ist sie schon am Boden? Ist ja eigentlich noch ein bisschen was grün. Abwarten. Aber es wird noch nicht abgezählt. Sie liegt am Boden. Schluss der Punkt. Ja, dann Riki. Okay, jetzt hat Riki gewonnen. Okay, okay. Das war ja eine relativ schnelle Runde hier. Ja, dann wollen wir doch nochmal mit Riki reden. Ha! Hast du gesehen, wie gut das lief? Ich werde die nächste Runde gewinnen und mich somit für die Bezirksmeisterschaft qualifizieren. Also schön, dass du so viel Selbstvertrauen hast, aber wie gesagt, zu viel tut auch nicht gut. Puh, das fühlt sich gut an. Du hast ja selbst gesehen, wie die erste Runde mit Jessica lief. Aber hör mal, mir läuft ganz schön die Suppe runter. Könntest du mir vielleicht mein Handtuch bringen, Dina? Wofür ich mein Handtuch brauche? Mensch, komm schon. Ich kann doch nicht schweißgebadet gewinnen, oder? Was? Ich soll mir nicht so selbstsicher sein? Ha! Keine Sorge, Dina. Du hast es mit eigenen Augen gesehen. Ich werde den Kampf mit links gewinnen. Mein Handtuch befindet sich drüben bei der Bank, neben meiner Tasche. Wenn du meinst, wenn du meinst. Ich bin da ja doch noch eher skeptisch. Aber naja, gut. Danke. Es tut gut, den Schweiß zu trocknen. Ich will gut aussehen, wenn ich gewinne. Ich mag Riki echt immer weniger. Der ist aber nicht ganz so schlimm wie Big Bonnie. Ich kann das kaum glauben, Dina. Ich komme in die Bezirksmeisterschaft. Was? Ich soll den Tag nicht vor dem Abend loben? Hallo? Wie negativ du plötzlich bist. Vielleicht solltest du mit den Liegestützen aufhören. Genauso wie Moon Princess, weil ihr das eh nicht aushalten könnt. Bleib locker, Dina. Die erste Runde gegen Jessica lief super einfach. Ich werde die zweite Runde gegen sie auf jeden Fall auch gewinnen. Taktikbesprechung? Wir brauchen jetzt keine Besprechung, Dina. Hast du nicht gesehen, wie gut es bei mir lief? Wenn es etwas gibt, was ich brauche, dann ist es mein Handy. Oder vielmehr soll Natalie es bekommen. Was ich mit meinem Handy machen soll? Na, mich logischerweise filmen, wie ich gewinne. Was sonst? Wir müssen doch festhalten, wie ich nach einer langen Pause zurückkehre, den Boden mit meinen Gegnern aufwische und damit in die Bezirksmeisterschaft komme. Großkotz. So, könntest du dann mein Handy holen und es Natalie geben? Es sollte in meiner Tasche sein. Boah. Ich will ihm überhaupt nicht mehr helfen. Warum haben wir überhaupt mit dem trainiert? Der ist ja sowas von... Boah. Boah. So ein Hals gerade. Ähm, was? Ricky hat darum gebeten, dass ich ihn bei seinem Sieg filme? Ist der da nicht vielleicht etwas zu selbstsicher? Unsere Rede, Natalie. Unsere Rede. Hm, es ist sicherlich gut, dass Ricky etwas selbstbewusster ist, aber ich stimme dir zu, Dina, es ist nicht gut, sich zu selbstsicher zu sein. Er hat den Kampf noch nicht gewonnen. Aber es stimmt, wir müssen ihn weiterhin unterstützen, ganz egal, wie es ausgeht. Oh, Dina, ich sorge mich um ihn. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber der Grund für seine Niederlage damals gegen Ivan war seine Überheblichkeit. Meisterin Lucia sagte Ricky damals vor ihrem Tod, dass er für die Jorvik'sche Meisterschaft noch nicht bereit wäre, aber er schrieb sich trotzdem ein und weil alles so glatt bei ihm lief, war er sich sicher, dass er gewinnen würde. Sogar am Anfang vom Finale gegen Ivan lag Ricky in Führung und alle waren nach der ersten Runde der Meinung, dass er siegen würde. Aber dann kam alles anders. Aber du liegst völlig richtig, Dina. Wir können nichts tun, außer zu hoffen, dass bei Ricky alles glatt läuft oder den Kampf gewinnt. Oha, hast du das gehört? Es geht in die zweite Runde. Danke, dass du an meiner Seite bist, Dina. Ich glaube nicht, dass ich mir den Kampf ohne dich hätte anschauen können. Oha, bitte lass Ricky gewinnen. Komm schon, Ricky. Wir sind auf deiner Seite. Du bist der Beste. Nein. Jessica! Jessica! Ich mag überhebliche Leute nicht. ist nicht so nicht so meins. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich doch mal gespannt hier. Schüttel deinen Speck, hätte ich fast gesagt. Schüttel deine Haare. So, hier. Und, was passiert diesmal? Sie wird getroffen, sie kann sie abmehren. Ja, kannst du mal sehen. Jessica hat eine perfekte Abwehr gegen Rikis entsetzliche Ausmistentechnik. Ach, das ist die Ausmistentechnik. Ich müsste demnächst auch meine Box aus mit Kamehameha. Wow, ja. Ja, Ricky. Ne? Du reiß dich mal zusammen hier, Mister. Ja, jetzt wird er nämlich getroffen. Platsch. Und da liegt er. Da sitzt er. Auf dem Hintern. Auf dem Boden der Tatsachen. Auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Ricky liegt am Boden. Schlusspunkt für Jessica. Eins zu eins. Tja, mein lieber Ricky. Hast du nur davon. Ich gönne es dir. Au. Was ist passiert? Wie konnte sie so schnell und stark zurückkehren? Ich war mir sicher, dass ich gewinne. Wenn sie in der nächsten Runde genauso ist, werde ich keine Chance haben. Ja. Hättest du dir mal vorher überlegen sollen, mein Guter. Oh, Dina. Hast du gesehen, was passiert ist? Oh. Wie konnte ich verlieren? Es lief doch so gut. Das kann nicht wahr sein. Vielleicht bringst du Ricky etwas Wasser, während er seine Niederlage verarbeitet. Ja, komm. Holen wir mal das Wasser. Zack. Tja, tja, tja. Ähm, Wasser? Danke, Dina. Danke, Dina. Ich muss etwas trinken. Aber ich verstehe es einfach nicht, wie ich verlieren konnte. Alles lief so gut. Und was soll ich jetzt machen? Die Glocke läutet bald und Jessica und ich liegen gleich auf. Sie muss einfach nur die nächste Runde gewinnen, um den gesamten Wettkampf zu gewinnen. Was meinst du, Dina? Der Kampf ist noch nicht verloren? Du hast doch gesehen, wie gut Jessica war. Du hast eine Idee, wie ich gewinnen kann? Erzähl. Du willst eine neue Taktik besprechen? Hm. Ja, es lief das letzte Mal ja ganz gut. Okay, ich höre. Sag mir, was ich machen soll, Trainer. Aha, das ist das, was ich hören will. Nicht, dass ich der Trainer bin, aber dass er mal nicht unbedingt alles auf eigene Faust entscheidet. Okay, Trainer, wie sollen wir das machen? Versuche es defensiv, versuch es, wir haben nichts zu verlieren. Mach das, was sich richtig anfühlt. Ich würde wieder das sagen. Das ist immer gut. Er vertraut wieder unserem Urteil zu ermögen. Ich hoffe, es ist wieder das Richtige. Okay, wenn du meinst, dass das funktioniert, dann vertraue ich dir. Nein, jetzt ertönt das erste Signal. Ich muss zurück in den Ring, aber ich werde das machen, was du mir gesagt hast. Ich werde mein Bestes geben, Dina. Ich verspreche es. Richtig, ich muss positiv denken. Ich muss an mich glauben, denn ich will gewinnen. Denn dieser Kampf wird alles entscheiden. Er hat's kapiert. Heureka. Ja, dann, ähm, guck mal doch jetzt mal. Jetzt drücke ich ihm schon ein bisschen mehr die Daumen. Ich muss mal einen Granschluck trinken. Mensch hier, das Trainer-Dasein. Puh, ganz schön anstrengend. Und? Auf in die nächste Runde. Und los, let's get ready to rumble. Ich hab's ja gestern schon gesagt. Ich kann das nicht. Ja, nu. Ja, nu. Ja, warte. Ja, wie? Wie sieht's aus? Hat Riki das abgewehrt? Wow, was eine tolle Anwendung der Bürstentechnik. Und? Was will das ausmisten? Oh, das ging schnell. Gut. Ja, dann, äh, yay! Wir haben einen Gewinner! Es ist Riki! Okay, jetzt bin ich doch mal gespannt. Damit hätte er sich ja jetzt für die Bezirksmeisterschaft qualifiziert. Wo ist er denn? Da steht er. So, Riki. Ich kann es nicht glauben. Ich hab gewonnen. Dina, ich werde an der Bezirksmeisterschaft teilnehmen. Ja, kannst du mal sehen. So läuft das. So läuft das, wenn man sich zusammennimmt. Und nicht zu überheblich und selbstsicher reingeht. Dina, ich kann es nicht glauben. Es ist wirklich wahr. Ich hab gewonnen. Und bin somit bei der Bezirksmeisterschaft dabei. Ich bin endlich da. Die Wahrscheinlichkeit, den Stall zu retten, ist größer als jemals zuvor. Wie gut wir sind, du und ich. Wir sollten definitiv weiter gemeinsam trainieren, damit ich auch für die Bezirksmeisterschaft bereit sein werde. Auch wenn ich das mittlerweile auch so schaffen sollte. Ja, ja, bleib locker, Dina. Ich verspreche, dass ich jeden Tag trainieren werde. Ich will nicht wieder in die gleiche Situation wie mit Jessica kommen, wo alles von einer einzigen Runde abhingen. Oh, da ist Jessica. Ich hoffe, dass sie nicht zu enttäuscht ist, weil sie verloren hat. Bestimmt nicht. So schätze ich die nicht ein. Glückwunsch, Riki. Siehst du? Ich wollte mich nur für den guten Wettkampf bedanken. Ich dachte wirklich, dass ich gewinne. Aber du bist zurück. Gut gemacht. Danke für so einen guten Kampf, Riki. Ich werde noch mehr trainieren, sodass ich es dir, wenn wir uns das nächste Mal sehen, nicht so einfach machen werde. Du musst mir aber eine Sache versprechen, Riki. Jetzt, wo du gewonnen hast, musst du ins Finale kommen und Eva Drake besiegen. Er hat viele meiner Clubmitglieder belästigt und er versucht, uns das Clubhaus zu entreißen. Versprich mir, dass du ihn besiegst und mit ihm sein Club Total Destruction. Ich muss jetzt los, aber noch einmal herzlichen Glückwunsch und viele Glück. Ich werde dich bei der Meisterschaft anfeuern und dich an dein Versprechen erinnern, zu gewinnen. Ich verspreche es, Jessica. Ich werde gewinnen. Nicht nur die und mir zuliebe, sondern auch für Meisterin Lucia, Nathalie und als Zeichen meiner Dankbarkeit für unseren Sport und um ein Zeichen gegen Eva und Drake in dieser Sportart zu setzen. Jawohl. Ja, und was macht man jetzt, wenn man gewonnen hat? Vielleicht sollten wir jetzt nach Hause gehen. Boah, meine Beine zittern und wie erschöpft ich bin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es zurzeit nach Hause schaffe. Ich glaube, ich muss mich eine Weile ausruhen. Zumindest, bis mein Magen aufhört zu knurren. Ob ich was essen sollte? Hm, du hast wahrscheinlich recht. Schlaues Mädel. Ich habe Chips in der Tasche, die ich essen könnte. Nicht ideal, aber besser als nichts. Könntest du sie mir vielleicht bringen? Danke, Dina. Okay, zur Feier des Tages gibt es auch mal Chips. Lecker, lecker, lecker. Das war gut. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Ich will jetzt nicht für so ein bisschen dann noch eine neue Folge anfangen. Du lagst mal wieder richtig, Dina. Ich musste einfach nur was essen. Ehrlich gesagt sollte ich nach Hause gehen und mir ein gescheites Essen kochen. Und dank dir kann ich zumindest schon einmal dort hingehen. Oh nein, ist das Ivan, der da gerade auf uns zukommt? Fragt sich, was er jetzt schon wieder will. Oh Gott, wie so ein aufgepumpter Affe. Der Ivan. Ich muss sagen, du hattest richtig Glück, kleiner Trottelneger, Ricky. Boah, wie gemein der ist. Gut, ihr Lieben. Ich würde aber fast sagen, ich weiß nicht, wie lange das hier jetzt heute noch dauert. Oder generell die Quest noch dauert. Das kann natürlich... Ich denke mal, wir sind jetzt kurz vorm Ende. Dann werde ich wahrscheinlich wirklich die nächste Folge anfangen. Und dann quasi für nichts nochmal eine neue Aufnahme starten. Aber gut, das ist dann halt so. Es war heute eine erfolgreiche Folge, würde ich sagen. Wir haben Ricky durch die Qualifikation durchgebracht. Er hat es geschafft. Er ist bei der Bay 6-Meisterschaft. Er hat sich qualifiziert. Morgen kommt dann die Postfolge und natürlich auch die Update-News. Und dann gucken wir mal, wie es am Donnerstag weitergeht. Ich denke mal, es dürften ja bestimmt nochmal neue Quests reinkommen. Also ihr Lieben, ich verabschiede mich. Und wir hören uns morgen wieder. Tschüss.